In sieben Monaten starten die German Games 2012. Bis zu 500 Jungen werden in elf Tagen Deutschland bereisen und in den großen Städten des Landes Halt machen, Aufgaben erledigen und Menschen begegnen. Unter anderem in Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, Essen, Stuttgart, Rostock, Bremen und Görlitz. Dabei bestimmt jedes Team selbst die Route durch die 16 Bundesländer, wo es übernachtet und welche Schwerpunkte gesetzt werden. Ihr könnt als Jungengruppe im Sommer 2012 also eine actiongeladene Freizeit der besonderen Art erleben. Bis zum 31. Dezember 2011 besteht noch die Möglichkeit, sich zum Frühbucherrabatt anzumelden. Alles weitere findet ihr auf der Homepage oder besucht uns auf Facebook.